Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker BinarySend. 60 Sekunden Handel, Starttrade 200 Euro. Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten zuallererst an. Wir sehen, dass wir einige wichtige Daten im Yen haben. Auch in der Eurozone und vor allem US-Dollar und Kanadisch-Dollar-Nachrichten. Dann suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ich hoffe, ich finde schnell einen. Das sieht gut aus. Ich steige ein. Viermal. Geht schön runter. Perfekt bis jetzt. Ihr tradet natürlich nicht meine Summen, sondern 1 bis 5 Prozent des Gesamtkapitals. Macht nicht mehr als 5 bis 10 Trades am Tag. Irgendwann lässt er noch die Konzentration nach und es schleigen sich Fehler ein. Was ich noch sagen kann, ich nutze insgesamt sieben Indikatoren. Vier davon sind meine eigenen. Gut, die Trades waren deutlich im Gewinn. Und das war's für heute. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis Montag.